Einen wunderschönen guten Morgen in den ETA wünscht euch der Klause von den 16er-Burmen. Hier aus dem Studio Klause, Klause in der buckligen Welt. Und ich begrüße Sie mit einem Kaffeeschluckerl Deluxe, den Patrick in Iberstall, wo die Internetverbindung stark beeinträchtigt ist heute. Guten Morgen, Patrick. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, bitte in die Welt hinaus und auch in die Welt, der Bucking nach Poggenau zum Klaus natürlich. Aber ich hoffe, die Sprache ist verständlich. Wenn der Ton passt, haben wir eh schon viel erreicht heute. Es passt. Ja, Ton hat halbwegs hin. Wird schon, wird schon, wird schon, wird schon werden, wie wir so sagen. Wird schon werden. Ja, wir werden ein bisschen das beobachten. Und falls da wirklich das Internet nicht allzu viel mit spielt, dann werden wir da heute auch nicht halt werden, sage ich mal. Aber wir werden das Beste probieren. Wir haben nämlich ursprünglich geplant, dass der Patrick da wieder aus Iberstall streamt und ich der Gast bin, weil ich hier das schwache Internet habe. Und das haben wir dann unterlassen, weil beim Patrick gerade gar keins ist. Warum nicht, Patrick? Was ist los? Was schon mit den Behörden gekommen ist? Ich weiß es nicht, was ist los. Bitte? Nein, mit Behörden. Ja, die Behörde war die Tante Gabi, die hat gestern schon Probleme gehabt. Nämlich zahrendes entbrannt einen Facebook-Post abgesetzt, warum das 3-Internet schon wieder nicht geht. Es ist allerdings entladend und davon dauernd ausfällt. Das ist bis heute in der Früh so, dass das nicht wirklich funktioniert. Es geht auch Wind, es regnet und ich glaube, das liegt daran, wenn man sich den, wie ich da rucke. Furchtbar. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber wieder einmal können wir uns die Frage stellen, wie sind wir im 69er Jahr auf den Mond geflogen? Ja, ich frage mich. Das wird die Standardfrage. Das wird die Standardfrage. Ja, ich habe da in der Burgligen Wald, ich habe hier zwar Sonnenschein, also zwischendurch immer wieder, es ist immer bewölkt, aber an sich scheint die Sonne, aber es geht dann über einen mörderischen Sturm und es hat wirklich angekühlt. Also ich habe mir echt überlegt, woher ich nicht einherzen soll jetzt da und hätte eigentlich bejahd, aber das war jetzt zeitlich auch nicht mehr mehr ausgegangen. Abgekühlt von gestern nach 28 Grad auf jetzt 8 Grad momentan gerade draußen. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, aber es ist, ja, mein Gott, nein. Jetzt geht wieder zu sagen, es ist ja April. April, April. Genau, ganz genau. War immer so. War immer so. Aus Graz, Böhlau, begrüß uns herzlichst. Der Unimaster sagt, guten Morgen, die Susanne Moser ist am Start. Jawohl, der Magnus Stürze. Aus Tirol. Der Paul Artmann aus München, Fred Bertlmann, Ulrich Ingolstadt ist auch dabei. Guten Morgen, jawohl, der Ulrich ist da. Servus in der Morgenrunde. Morgenrunde, heute fahre ich zurück nach München. Die möge ich heute noch aus Wien, aber bald dann wieder nach München. Eigentlich, also bis jetzt zumindest im Chat, ein irrsinnig breit gefächertes, ich glaube, kein Zieg aus Wien, oder? Warte einmal, was haben wir da? Die Susanne Moser, ich glaube, Ulrich, oder? Nein, Susanne Moser. Susanne ist aus Wien. Die ist aus Wien, ja, genau. Ich weiß, ich bin mir so unsicher. Aber Unimaster, jetzt merke ich gerade, weil ich so laut rede, ich habe glaube ich meine Kopfhörer, ah nein, sind nicht richtig eingestellt. Du klingst gut. Da haben wir unsicher. Nein, nein, ich habe mich selber jetzt so schlecht gehört und weißt du, das sind ja diese Apple AirPods und die haben ja diese Garage-Unterdrückung, wo du ja wirklich die Umgebungsleutstärke echt stark minimieren kannst. Und wenn du dich dann rätst dabei, dann ist das ein bisschen eine ungute Geschichte. Und ich habe jetzt so angehucht, aber das liegt einfach nur an meiner Allergie, die da zuschlägt. Gewaltig. Noch dazu bei dem Sturm. Georg Scherer ist auch da. Aus der Brigitte. Na gut, also jetzt, den Georg haben wir auf jeden Fall einen Wiener. Aber Graz, Tirol, München, Ingolstadt. Jawohl. Alles vertreten. Ganz großartig. Ganz großartig. Wie ist ein Mostviertel? Susanne Moser im Mostviertel daheim. Ah, du bist das Schuldige. Ich habe mir gedacht, das ist nicht Wien. Das ist nicht Wien. Taugt mir sehr. Taugt mir sehr. So, warte, Freunde, ich bin da. Ich habe da, ich habe da ein bisschen. Das Schuhli aus der Brie. So, warte, ich bin gleich wieder geistig viel bei euch jetzt. Jetzt habe ich die. Na ja, da musst du Einstellungen. Weil natürlich die Einstellungen da immer verändern muss von der Pavlatsche. Weil doch, Brigitte Nau, das ist ja interessant, weil ich kenne sogar zwei Lieder aus der Brigitte Nau, über die Brigitte Nau, interessanterweise. Am Sonntag in der Brigitte Nau? Und das andere ist vom Walter Häuser, ich bin in der Bretzhaus. Ich bin in der Bretzhaus, ja. Ja, das sind gleich zwei Lieder. Das ist eine interessante Geschichte. Eine Frau Untergrin. Das ist ein Musikerbezirk in Ottergrin. Aber die Bre war ja eigentlich nicht so ein Musikerbezirk. Früher war das wie Untergrin. Untergrin war ja wirklich, wer da alle gelebt und gewirkt hat. Ich glaube, einer der stärksten Bezirke, was die Wiener Musik angeht. Nicht umsonst ja den Zusatz, die Wiege des Wiener Liedes, Ottergrin, hat man immer gesagt. Oder sagt man bis heute. Wer war eigentlich alle in Ottergrin? Oder wie bewertet man das? Wahrscheinlich die, die dort auftreten sind. Es waren ja nicht alles Ottergringer, die durch Sput haben. Aber ich glaube auch, die die Wohnadresse dort hatten einmal, glaube ich, auch. Nämlich waren etliche. Da waren schon viele, ja. Oder geboren wurden in Ottergrin. Ja. Wir haben auch die Wohnadresse in Ottergrin gehabt. Jetzt. Ja, beide. Es ist ja beide gebürtige Ottergrin. Also gebürtig bin ich eigentlich gar nicht aufgewachsen in Ottergrin. Auf die Weltkommung bin ich im Hanusch. Das ist schon 14. Ja, das ist bei mir auch, ich bin in der Haftwelt gekommen, in der Hera im 9. Bezirk, aber am nächsten Tag. Also ich meine, das war ja das Spital. Aber ich finde das immer nicht, wenn man sagt, auf die Welt gekommen ist. Ja, das ist mir im Spital. Da gibt es ja nur Leute aus dem 14. und aus dem 9. Und wo halt die Spitäler so sind. Aber es war früher auch so. Aber ich hätte ja im Wilhelmspital auch sein können. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, es war damals ja die ausgewiesene Geburtsklinik, die Hera. War ja für das eigentlich, oder unter anderem war das ja der Zweck dieses Sanatoriumsherrer. Und da sind viele natürlich auf die Welt gekommen. Ja, genau. Aber ich war, also meine Mutter war genau eine Nacht im Spital. Warum eine Nacht? Das wäre zu uns noch nicht gewesen, aber das war, weil ich um 18.15 Uhr auf die Welt gekommen bin. Und dann natürlich, was ich gesagt habe, kann sich der Vater in Ruhe abschächern. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Gut gemacht. Auf jeden Fall sind sie besuchen gekommen, gleich ein paar Kollegen, Freunde von meinem Herrn Papa, was meine Mutter immer wieder gerne erzählt. Und die sind gekommen, sturzbetrunken. Die Oberschrift mit dem Vater gefeiert, ich weiß es nicht. Und sie sind reingekommen und von der Weite hat die Mutter uns das schon gehört, am Gang. Wo ist sie, Frau Steirer? Weißt du, in die Richtung? Ich glaube, sie hat es schon gerochen. Wahrscheinlich auch, ja. Und dann sind sie reingekommen mit dem Zuruf. Einmal rein und einmal raus, fertig war der kleine Klaus. So hat sich das damals angespielt. Null Respekt. Großartig. Null Respekt. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Jawohl. Ton ist gut. Alle haben geschickt, aber gefällt mir. Gell, schon? Schon. Ja. Magnus Sterzinger. Ton ist gut. Patrick leider manchmal etwas stocken, aber ist mir bekannt. Das stimmt leider. Aber ja, das ist halt das Internet. Was soll man machen? Skyfall. Guten Morgen mit frischem Kaffee-Tschi. Jawohl, Skyfall. Ungeklären Schluck auf den Wohl. Der Georg Scherrer sagt, wir haben ihn Walter oft beim Einkauf getroffen. In Häuser-Walter, gell? In Häuser wahrscheinlich, ja. Aber es war kein Ur-Brigitte-Nauer, oder? War das Ur-Brigitte-Nauer? Der Walter, ja. Oh ja. War ein Ur-Brigitte-Nauer. Wirklich, aber. Wurde nicht später gehabt. Oder war der immer in der Brigitte-Nauer daheim? Glaub ich nicht. Später war er, er hat ein Haus selbst gebaut in L.E. Ah ja, genau. Der war in Langenzerstor. Langenzerstor. L.E. Ja, genau. Schau, die Aggregastik, die im göttlichen Heiland geboren ist. Das ist im 17., nicht? Göttlicher Heiland, das ist ja noch alles, gell? Grandios. Ja. Der Kaisermüll Plus ist das ein Wiener Lied? Nein, gar nicht eigentlich. Der Kaisermüll Plus, das ist eigentlich ja auch nur wirklich, also es ist in Wahrheit ja eigentlich nur die Signation für den Kaisermüll Plus, wäre die Serie gewesen. Und dann, ich glaube, es war es ursprünglich und dann ist eigentlich wirklich das Lied rausgekommen, das die Marianne Mendt gesungen hat. Ja, ist jetzt, also hat nicht Eingang gefunden in die Wiener Literatur, könnte mal passieren, aber ich finde es ganz spannend, weil es ja diesen markanten Pass hat, also dieses Also dieses markante Pass, und das ist ganz interessant, immer wenn ich anspüle, die Skyline von Wien, die Ganz anders. Also ich will gleich komplett an, es ist halt nur so, es fängt halt mit einem Boss an. Das ist, und das genügt, dass die, das Faustrolle-Song, oder Faustrolle, dass eigentlich jedes Mal irgendjemand glaubt, dieses Lied ist dem Kaisermüll Plus sehr ähnlich. Das finde ich immer wieder spannend, weil musikalisch gibt es da absolut nicht einmal irgendeine Verwandtschaft, außer dass es mit einem Bass, mit einer Basslinie beginnt. Das reicht für viele schon aus, das ist genau so wie der Kaisermüll Plus. Oder viele glauben, ich spiele es in Kaisermüll Plus, weil sie die ersten Bass-Töne hören, weil man einen Bass hört. Also das ist schon, deswegen habe ich ein bisschen so ein, wie sagt man das, ein bisschen ein Beats auf dem Kaisermüll Plus, weil man denkt, es gibt es ja nicht, dass nur eine Basslinie dermaßen beeinflussend sein kann, dass man glaubt, die Skyline von Wien sei der Kaisermüll Plus. Aber zurück zu Agregastix, eigentlich eine Frage, ich würde es nicht zu den Wiener Liedern zählen, gleichzeitig würde es, wenn man es spielt, jetzt im Rahmen von Wiener Liedern, glaube ich nicht wirklich eine Themenverfehlung sein. Es würde schon hinhauen. Was meint der Patrick? Ja, Wiener Lied ist es nicht, aber das fängt schon beim Vogel am Baum an zum Beispiel. Ist das jetzt ein Wiener Lied oder ein nicht? Vogel am Baum in der Zwischenzeit sage ich, ja, gehört dazu, es stört nicht, es ist echt Leiband die Nummer. Und beim Kaisermüll Plus ist das ähnlich eigentlich, muss ich sagen. Wiener Lied ist nicht, wienerischer Text ist, nach wie vor die Sprache ist wienerisch dabei. Wenn es gesungen wird und Marianne Mendt zum Beispiel, wenn sie singt, ja. Von der Musik her hat es mit Wiener Lied überhaupt nichts, das ist ein Plus. Loppein rein. Ja. Stimmt, das ist eigentlich ein sehr klassischer Plus. Aber es ist von der Marianne Mendt durchaus sehr gekannt ins Wienerisch. Sehr wienerisch. Das muss ich schon sagen. Das muss ich schon sagen. Also wie gesagt, ich würde es jetzt selber nicht als Wiener Lied noch sehen. Noch. Weil wie gesagt, wenn es viel gespielt werden würde, dann kann sich das ja entwickeln. Aber es ist, wie gesagt, es wäre auch nicht falsch. Also wenn du jetzt sagst, wir spielen jetzt in Kaisermüll Plus. Nur, weißt du nicht, da rutscht man dann schon ein bisschen ab in die Gefahr. Also wenn es sich nur um das eine Lied geht, ist ja das nicht so. Weil man rutscht dann leicht ab, dass man dann auf einmal, wie soll ich sagen, auf einmal jetzt sehr dann in diese Kommerzmusikerschiene kommen könnte. Weil das ist dann so, man sagt mehr oder weniger, du spielst das, was die Leute hören wollen, im Sinne von, wie bei Touristenheirigen, natürlich spüren wir gern, was die Leute hören wollen. Und das geht jetzt weniger als um die Tatsache, wenn ich jetzt eine Heirigmusik bin, ein Wiener die Tatsache, da muss man ein bisschen, meiner Meinung nach, das ist wirklich unsere Ansicht eigentlich, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Schiene nicht so sehr verlässt. Mitunter kann man das dann schon einmal machen. Aber ansonsten, weil ich kann mich erinnern, ich bin dreimal in meinem Leben oder viermal bin ich eingesprungen bei einem Kollegen, der bei so einem Touristenheirigen gespielt hat. Und ich kann mich noch erinnern, vor allem einmal, ich glaube, das war mit Walter Weinzettel der Patrick, weiß das noch, wer das ist. Ich hoffe, der lebt noch. Der Walter Weinzettel. Ja, ja, ich habe ihn schon Jahre nicht mehr gesehen. Aber ich wusste, wir haben mich nicht bekannt, dass er verschwunden wäre. Ja, ein ganzer lieber Kerl und ein sehr guter Musiker. Und da bin ich, also einmal habe ich ihm, da ist der Patrick ausgefallen, da haben wir einander kennengelernt beim Spülen. Das war sehr lustig, das war mit Stachendoben, Patrick. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass du ausgefallen bist. Da war es krank, war komplett fertig. Ja. Und das war so aus Schuld. Lungenentzündung, kann mich noch erinnern. Ja, ja, ja. Und aus Pflichtbewusstsein heraus, ich wollte schon sagen, aus Schuldgefühl, aber das war aus Pflichtbewusstsein heraus, hat der Patrick auch gesagt, ich kann heute nicht spielen. Und das war damals wirklich, er war ganz arg, weil das war das erste Mal. Und er hat gesagt, du, aber ich kümmere mich um meinen Ersatz. Na gut. Und dann bin ich jetzt zum Stachendwirt drauf, kommt da rein, ich grüße dich sehr was, habe die Ehre. Der Patrick ist krank, ich spiele miteinander. Er sagt, oh, weh, schade, aber gut, kann man nichts machen, abzureich, es passt alles. Dann kommt irgendwann halt der Weinzettel, ich stehe an der Schank. Der Walter kommt rein, sagt, grüß Gott, grüß Gott, ich suche einen Gitarristen. Ich bin der Musiker, ich suche einen Gitarristen, den Klause. Und der Wirt sagt, das steht nicht, aber der Schank da. Servus, Klause, ich bin der Walter. Servus, Walter, ich bin der Klause. Der Wirt schaut uns einmal so große an und sagt, kennt ihr euch nicht? Kennt ihr euch nicht? Dann sage ich, nein, wir sehen uns zum ersten Mal. Ich sage, spielt, ihr habt es auch noch nicht miteinander. Er sagt, nein, aber das wird schon ich an. Und der hat echt kurz. Macht gar nichts. Der hat kurze Panik gekriegt. Aber den Abend haben wir tadellos verbracht. Das ist schon gegangen. Und selbiger Walter, und das war eben, ja, an dem Abend haben wir das ohne weiteres hinbracht. Und selbiger Walter hat, Jahre später, hat er mir angerufen, ich bin in Grinzing, nein, Grinzing, ich war es gar nicht, aber irgendwo im 19. auf jeden Fall, als ein Touristenheiriger. Und mir sagen Touristenheiriger eben zu diesen großen Häusern, die vornehmlich in Grinzing stehen, wo die wirklich ausgerichtet sind auf Touristen. Also wo du eigentlich als Einheimischer wohl konsumieren kannst und natürlich jetzt auch nicht von fehlern Platz bist, aber eigentlich eher nicht frequentiert wird von Einheimischen. Und bei irgendeinem Heiriger hat er gesagt, du, mir ist der Gitarrist ausgefallen, hast du Zeit? Und er hat gesagt, ja, freilich. Und da haben wir gespielt, was der von Edelweiss angefangen, das ist ein sehr schweres Lied, von Sound of Music. Ja, klar. Und du gerade drum... Musical Nummer. Musical, ja. Für die Touristen, mit der Lieder gespielt. Stuhl, Amsterdam. Naja, das hätte ich ja noch... Du hast Lieder gespielt, das war... Ich habe auch noch mitgespielt bei ihm. Ich habe auch von mir angelernt, du hast gesagt, spiel, sing, ich kenne mich nicht aus. Dieses Repertoire ist mir nicht bekannt. Und das war wirklich... Das war ein komplett anderes Repertoire. Das hat... Da haben wir gedacht, ich kenne von den ganzen Liedern, die sie mir da gespielt haben. Ich meine, die sind ja im Großen, da ist es nicht schwer, da kannst du ja leichter zuspielen. Aber vor allem, wenn sie da quetschen, wenn der halt da richtig spielt. Ich bin ja nur dann ein bisschen... Das war Wahnsinn. Ich habe nichts von diesen Liedern gekannt. Oder hätte ich es nie gespielt in meinem Leben. Also es war irgendwie ganz interessant. Komplett. Und so will ich sagen, auf sowas darf man nicht... Ich meine, das ist jetzt ein bisschen sehr weit ausgeholt im Zusammenhang mit dem Kaisermin-Plus. Aber man muss aufpassen, dass man dann nicht so sehr abrutscht in eine Musikrichtung, die eigentlich dann gar nicht mehr das ist, was wir eigentlich machen. Damit Wienerlieder sich in den Kaisermin-Plus werden. Kommerzmusiker, Hochzeitsmusiker oder was, die spielen natürlich die ganzen Cover-Songs. Aber wir spielen ja auch Cover-Songs in Wahrheit. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die ganzen Hits. Das ist eine eigene Kunstrichtung, meiner Meinung nach. Das ist nicht so. Und daher wollen wir beim Wiener nicht bleiben. Aber die AG Gassig sagt natürlich auch richtig, damit Wienerlieder sich in die moderne Weiterentwicklung... Also dass sie sich halt entwickeln. Natürlich, ja. Also deswegen war ich ein bisschen zögerlich mit einem klaren Nein. Allerdings ist sicher... Wie soll ich sagen? Das ist für mich auch kein modernes Wienerlied. Es ist wienerisch, klar, weil es ja eben zum Kaisermin-Plus... Also es ist das perfekte Lied für diese Serie. Wenn ich sage Wienerlieder modern oder neue Wienerlieder... Ich finde, ja, aber da ist jetzt nicht Filmmusik gefragt, sondern da sind Musiker gefragt, die eben Wienerlieder schreiben. Oder Wienerlieder, die entstehen können. Also ich glaube fast eher, dann würde man wahrscheinlich das eine oder andere Seiler- und Sperrlied eher dann einmal finden im Kanon der Wienerlieder als Filmmusik. Also das eigentlich gar nicht mit einem Wienerlied irgendwie einen Zusammenhang gehabt hat, also außerwienerisch. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber was ich meine... Ja, super erklärt. Also ich finde es sehr verständlich erklärt von dir. Ja, absolut gut erklärt, ja. Na schau, na schau. Na schau, fantastisch. Ich meine, bestes Versuch. War ja nur eine Frage. Nein, agligastisch, aber ich muss es wünschen. Das war eine gute Frage. Nein, eine super Frage. Eine gute Frage. Und es ist... Super. Es ist jetzt nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Es gibt ein paar so Nummern zum Beispiel. Es ist, glaube ich, in diesem Zuge auch entstanden, diese Nummer, heute nicht mehr abschied vom Lieberstol, glaube ich. Und sich über den Ton auf. Hätte ja zu mir gut gepasst eigentlich sogar, die Nummer. Und das wird auch von einigen gespielt. Und ich würde es auch spielen, weil ich den Text kann. Aber da gibt es eben noch so viele andere Lieder. Oder auch zum Beispiel jetzt Kaisermin Plus, wenn wir das jetzt ganz konkret abbrechen würden. Also ich könnte mir schon vorstellen, den Kaisermin Plus grundsätzlich auch zu spielen. Also ich würde ihn jetzt nicht so ablehnen. Es gibt nur... Nein, weil er eine schöne Nummer ist. Absolut. Aber es gibt halt tausende Lieder... Von der Komposition her, die wichtiger sind. Für tausende Lieder, die wichtig sind, die vorher eigentlich auch für uns. Die uns wichtig sind. Ja, ja, ja. Die uns wichtig sind. Aber einen Kaisermin Plus, den gibt es eh, der wird nicht so schnell aus den Köpfen verschwinden. Also da haben wir noch Zeit. Uns geht es halt dann stark um andere Lieder, die halt dann Vorrang haben eigentlich. Aber so grundsätzlich wäre eigentlich die einfachere und schnellere Antwort gewesen, wenn ich sage, ja, ich würde es grundsätzlich spielen. Ich meine, hätte man es eigentlich so auch... Ja, aber es wäre nicht so interessant gewesen. Da hätte man viele Details nicht erfahren jetzt. Muss ich dir ehrlich sagen. Stimmt, oder? Stimmt, oder? Ja, passt, klar. Die Ausführungen. Passt, das ist schon gut so, ja. Die Geschichte beim Stachernd, natürlich. Susanne Moser, aber als Serie war der Kaisermin Plus das Beste, was es jemals gegeben hat. Ja, ja. Ich habe ihn gerne geschaut, auch. Als Bestes, geschmacksam. Ich habe ihn gerne angeschaut, ja. Ich habe ihn gerne angeschaut. Ich meine, der Hinterberger hat halt den Wiener manchmal ganz gut beobachtet, aber viele haben übersehen, auch beim Mundl, beim echten Wiener, der geht nicht unter, haben viele Leute übersehen, dass das eben eine Überzeichnung ist und nicht eine Dokumentation. Genau. Das bin ich schon draufgekommen. Also das haben viele Leute, wenn ich auswärts von Wien war, hast du schon gemerkt, hörst du, hallo, Freunde, das ist, ich muss dir schon klar, das ist, so wie die Pilzgesager vom Mitterer in Tirol, das ist eine Überzeichnung. Nicht die Wahrheit. Und mit viel Ironie. Mit sehr viel, mit sehr viel Ironie. Sehr viel Satire. Aber eben, keine Karikatur. Wobei so gewisse Typen, die dort, genau, Karikatur ist noch, genau, weil diese Typen, die da mitgespielt haben, die, ich kannte solche aus Otterkring, auch aus den Gemeindebauten vis-à-vis und so, also da die Frau Juck bei uns war, das ist, und dann die Frau Schöppel und die Familie Hemmelmeier und so, also diese Arten von Menschen, die sind schon recht gut dargestellt, überzeichnet natürlich, aber vom Grund her, kannst du meinen Bruder auch fragen, Klaus, also diese Leute gibt's, also definitiv. Vom Hausmeister angefangen, die Frau Käberle, die immer beim Fenster gehängt ist, ne? Ja, na klar. Die Kinder, die waren unten, ich schau mich da wieder, also, ja, alles, alles, das gab's. Der Herr Preiss und der Herr Blümel, ne, der Herr Blümel hat dem Herrn Preiss auch mal eine Watschnurber gehabt, ne? Aber nicht, bevor er eben nicht die Brille abgenommen hat und in die Wiese gelegt hat, dann hat er ihn auch nicht gepragt und er hat ihm die Brille wieder aufgesetzt, ne? Und sie waren wieder freund. Also, lauter so Geschichten, also, das ist, das gibt's schon, ne? Auch in Otterkring. Ja, ja, es gibt's, aber wie gesagt, also, ich möchte fast sagen, ich verwehre mich dagegen, den Kaisermüll-Blues als tatsächliche, ja, dokumentarische Beobachtung. Nein, dokumentarisch, nein, 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 das ist völlig überzeugt. Weil genau, außer wie ein Mundl, ne? Also, der echte Wiener geht nicht unter, also, das ist, das ist, das hatte tatsächlich mit, mit, mit Wiener eigentlich nicht viel zu tun, aber natürlich, der Kern war mehr als gut getroffen, ne? Aber wirklich, es ist ja nach wie vor, es gibt Leute, die das wirklich als, als, als reale Beobachtung, als Feldbeobachtung, Feldforschung betreiben, wo man denkt, Freiheit, das ist ein, das ist eben, ja. Ah, das ist es nicht. Also, was darfst du dir, das ist es definitiv nicht. Ja, da können wir Magnus fragen, in Sterzinger, ne? Wie die Tiroler wahrscheinlich auszucken würden, wenn man sagen würde, die Biefke Sager ist ein Sittenbild der Tiroler in absoluter realer Art und Weise. Das ist auf gar keinen Fall, aber natürlich, die, die, wie soll ich sagen, die Treffer sitzen, da bin ich dort, das muss man schon sagen. So, apropos Markus Sterzinger, Ronald Neubild hat viel Musik zur Serie beigetragen, zum Beispiel Jeder Rotz liebt sein Kanal, zählt das zum Wiener Lied? Patrick. Jeder Rotz liebt sein Kanal. Für mich ist es ein neues Wiener Lied, ja, obwohl es eigentlich auch, das ist ja fast eine Rocknummer eigentlich, wenn man es nimmt, von der Art her. Aber, bleiben die Nummer. Ich sag, ja, zählt dazu, ist es neu, jeder hat es liebt sein Kanal, ja, ich sag ja. Ich sag jetzt ja, ganz spontan, so einfach, ja. Ich sag, ah ja. Weil, es ist natürlich schwierig. Das ist nicht nur, wie schwierig das ist eigentlich, die Einordnung, gell? Naja, vor allem, was du erzählst, das zum Wiener Lied, das ist halt natürlich, jetzt fragst, jetzt fragst du uns, die relativ konservativ in dieser Auslegung sind, wenn du uns dann an Koschelung und Udi fragst, sagt er definitiv, nein, weil für den ist ein Wiener Lied, sind das die alten Wiener Lieder, Punkt. Wenn du, also, es ist eine Auslegungsfrage, natürlich, das ist eine, nicht einmal eine Gratwanderung, weil es eben diesen Grat gar nicht gibt, sondern es ist eine so eine breite Überlappung der Genres. Ich glaube, man könnte da jetzt wirklich sagen, einfach nur, weil es vom Nei wird ist, reicht es schon aus, dass es ein Wiener Lied ist. Er ist als Wiener Lied Musiker und neues Wiener Lied Interpret und vor allem als Komponist und Texter neuer Wiener Lieder ja aufgetreten, also das war ja sein Nimbus und daher wäre es halt auch deswegen schon ein Wiener Lied. Ebenso, so wie es halt sich, wenn der Hodenakorla Liedl geschrieben hat, war es ein Wiener Lied. Er selbst hat es als Wiener Chansons bezeichnet, aber das, wenn du ein Lied gespielt hast, das hat mit Wiener Lied... Ganz ehrlich, das Vogel am Baum hernimmst, wenn du den Text weg hernimmst und nur das Melodie spielst, ist eigentlich kein Wiener Lied. Von so ganz streng jetzt betrachtet, überhaupt nicht. Ich zähl's auch zum Wiener Lied auch. Das ist eine Jazz-Nummer. Er hat ja diverse Texte vom HC Artmann vertont. Und das sind hauptsächlich Jazz-Nummern mit einem Hartmann-Text. Ist Wienerisch, ja. Das war es, aber eigentlich streng genommen in der Musikalität ist wieder nichts vorhanden. Und doch würde jeder sagen, Hodenakorla, ganz klar, Wiener Lied. Warum? Weil der Hodenakorla Wiener Lied-Musiker war. Ich glaube, das ist ihm jetzt das ähnliche Elemente. Er hat aber, er hat in beiden Stilen komplett, wenn man hergert aus Stachjahn hin, das ist so wirklich in diesem alten Stil, da hört man das richtig noch, oder ein Straßenmusikant zum Beispiel. Ja, er hat, er hat, jetzt bist du wirklich sehr leise geworden, Patrick. Ah, okay. Jetzt bist du sehr leise geworden. Aber das war, das liegt nicht an dir, also das liegt nicht an deiner irgendwas, aber. Okay. Oder ist das nur bei mir leise geworden? Weil der Ausschlag ist nicht noch, der Ausschlag ist nicht gar nicht. Ah, Moment, warte, bei mir hat sich was geändert vielleicht. Ah, bei mir ist sowas geändert. Meine Stimme ist blech und klingt wie ein Blechschirm. Entschuldigt's, bei mir war das. Ja. Oi, 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 oi. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Jetzt hat er mich wieder. Jetzt hat er mich wieder. Und was noch dazu kommt, beim Karl Hodiner noch dazu kommt, ist natürlich, dass er die alten Stiegeln auch interpretiert hat, was auch Roland Neuwirth am Anfang sehr wohl auch gemacht hat, nämlich auf seinen ersten Platten, mit dieser Herzton-Schrammel-Geschichte und diese Dinge. Und der Karl hat das halt bis zum Schluss, bis zu seinem Tod eigentlich praktiziert. Sowohl das Neue, was komponiert wurde, hat aber die uralten Tarns und die alten Lieder genauso interpretiert. Also nicht nur die eigenen Kompositionen gespielt, was der Neuwirth ja hauptsächlich gemacht hat, sondern auch einfach reproduziert. Oder auch gecovert, wie man heute sagt. Wie man heute dann oft sagt zu einer Gruppe, naja, das ist ja nur ein Coverband. Sind die viele Hormonen gestrengt genommen auch? Töger aber. Ein klassisches Orchester ist per Definition eigentlich ein reines Coverband. Wenn man so will. Wir schweifen ab. Aber man kann wirklich das festhalten, das ist für mich auch ein interessanter Gedanke, der jetzt eigentlich da entstanden ist. Wenn wir eben jetzt den Vergleich haben, Roland Neuwirth und Karl Hodiner, tatsächlich die Lieder, also musiktheoretisch betrachtet, würde man sie nicht mit dem alten Wiener Lied in Einklang bringen oder in Zusammenhang bringen. Wenn man eben einen Text weggelassen, dass natürlich der Text wienerisch ist oder die Interpretation wienerisch ist, das ist ja seitens dahingestellt. Aber es ist ja so, dass die Tatsache, dass eben diese zwei, also der Hodiner wie auch der Neuwirth, das geschrieben haben oder gemacht haben oder interpretiert haben, das ist sozusagen Grund genug, dass es ein Wiener Lied ist. Weil wenn du da anschaust, jetzt ist es keinem von Wien, hat außer dem textlichen Thema Bezug, ist nicht einmal wirklich auf Wienerisch. Es ist eigentlich sogar auf Hochdeutsch die Nummer, nicht streng genommen. Da sind keine wienerischen Begriffe drinnen. Völlig richtig. Richtig, ja. Also auf jeden Fall, ja, ich hoffe, Magno Sterzinges haben wir irgendwie halbwegs beantwortet. Unimaster, Walter Hose, eine Legende, war oft mit Toni Strobl und seinen Runderneuten. Ja, genau. Eine Legende, Unimaster, Weltklasse, ja. Ja, der Mundl war eine tolle Sendung, sagt die Christine Fuchser, auch der Kaisermühn Plus. Ja, also es war auf jeden Fall ein Teil unserer Kulturgeschichte, das kannst du im Ganzen gar nicht abstreiten. Also vor allem der Mundl, was da Aufregungen gegeben hat früher, und ich habe das so gern geschaut als Kind, meine Eltern natürlich auch. Ja, genau. Also ich glaube, grundlegende wienerische Schimpftieraden habe ich eigentlich gelernt von dem Mundl. Na, wenn das das Einzige ist, was das bewirkt hat, diese Serie, ist aber schlimm, Herr, das ist ja eigentlich... Naja, nein, nicht, habe ich nicht gesagt, das Einzige. Das ist ja doch gefährlich, weil die Kinder nur, weil die Kinder schimpfen lernen, nicht? Das ist... Naja, das ist das Einzige, nicht? Na klar, jetzt, was glaub ich, wenn ich daheim gestanden bin, bin zu meinen Brüdern gesagt, dann kriegst du ein Watschen, dass der 14. Dr. Schädel war. Dass der 14. Dr. Schädel war, ja, genau. Und dann sind wir ja kreativ hier, nicht? Dann hat mein Bruder zurückgesagt, dann kriegst du ein Watschen, dass die Uhrwaschen die Seiten wechseln. Und dann ist es so weitergegangen. Das war dann ein Spiel natürlich, ja. Georg Schaurer stellt eine interessante Frage, was war mit der Schuss von der Mama am Montag mit den Amis? Ich weiß ja, pass auf, das ist eine eigene Geschichte. Das erzähle ich dann noch gleich, aber ich möchte nur kurz im Chat weitergehen, weil da ein bisschen was reinkommen ist, ja. Der Ulrich sagt auch, viele der Wiener Serien waren in meiner Jugend Kult. Wir konnten in Bayern den ORF empfangen. Formel 1 mit Heinz Brüller zogen wir der deutschen Version fort. Das habe ich oft gehört. Weil der Heinz Brüller war ja ein Kenner. Das habe ich sehr oft gehört, ja. Das war ein Kenner. Der Rafi ist da, guten Morgen. Ja. Schau dir auch gleichgastig. Guten Morgen. Die Tiroler sind schon ein bisschen, naja, in Wien am Matteotti-Platz, da hast du schon ein paar schräge Leute gehabt. Die Tiroler in Wien, meinst du jetzt, oder? Auf jeden Fall, mein schräger Leid geht es überall. Der große Punkt ist halt der, was Wien betrifft. Wir sind halt zwei Millionen Leute auf einen Haufen. Dass du da natürlich die Wahrscheinlichkeit hast, dass du einen Vultrottel erwischst, ist halt höher. Aber ist natürlich im Zillertal, weil da gibt es, weiß ich nicht, wie viele im Zillertal leben, aber weit weg von einer Million. Und auf größerem Gebiet. Noch dazu muss man eins bedenken, wie viele von diesen zwei Millionen Wiener sind gebürtige Wiener und nicht zugeraste Wiener aus den Bundesländern oder anderen Landen auch. Das muss man ja auch dazu sagen. Da hast du auf jeden Fall kein Recht. Also wie wenn man mit einem Auto fährt, wo es oft ist, wenn immer geschimpft wird, na da schaut das Auto, da hat einer da. Ich merke nur bei uns hier außen, dass sehr viele Autos mit Wiener Kennzeichen stehen, die aber keine Wiener sind, weil das einfach die Firmenautos sind. Weil von der Firma das Auto die Firma in Wien ist. Also fahren eh quasi wir Gscherden da sozusagen mit dem Wiener Kennzeichen spazieren. Vorsicht bei uns. War ähnlich bei uns. Also meine Eltern sind nach Wien gezogen, weil der Vater im Zollamt Wien gearbeitet hat und sind halt dann und haben gesagt, das ist gescheit, wir ziehen gleich nach Wiener. So haben tut eine Wohnung, weil ich kann nicht pendeln von den Kirchen da hin. Aber wir kennen ja schon, aber es wäre sinnlos gewesen. Und dadurch haben wir auch. Wir waren Hauptmeld in Wien. Und das war das Wiener Tafel. Und ich kenne da auch in Bad Schönau einige, die mich beneiden um meinen WP am Tafel, weil ich bin da Hauptgemeld in Bad Schönau. Weil das haben alle ein Weh. Weil sie halt über die Wochen in Wien in der Arbeit sind und sie dort eine Wohnung genommen haben und weil halt dort der Lebensmittelpunkt ist. Und weil natürlich die Post und alles, und das Wichtige ist, alles nach Wien kommt in die Wohnung, wo man halt daheim ist. Es ist ja so, wenn man fünf Tage die Woche in einer Wohnung wohnt, dann ist man dort zu Hause und nicht die zwei Tage, wo man anders ist. Man kann sich so fühlen anders, aber es ist ja so. Und das sind alle Wiener dadurch. Die leiden darunter, alle miteinander. Genau. Aber ja, leiden muss man nicht. Aber es stimmt natürlich. Und das finde ich schade. Ich habe da aus volkskundlicher Sicht oder soziologischer, habe ich da einige Male zu tun gehabt, auch mit den Bevölkerungsgruppen in Wien. Eine von uns sehr bekannte und geliebte Freundin, die Tamara Scheer, hat sich ja wirklich ihren Traum erfüllt und ist eine Historikerin erster Güte. Mittlerweile Doktor an der Uni, lehrt sie auch und forscht sie an der Uni Wien. Und ich bin davon überzeugt, in Bälde, dass sie auch die Professur anstreben wird. Hat schon ein paar Bücher geschrieben, ganz interessante Sachen. Und hat auch viel, also ihr Schwerpunkt ist, glaube ich, so Erster Weltkrieg vor allem, also vor allem die Zeit Erster Weltkrieg. Und Dinge da herum. Sehr viele militärhistorische Zusammenhänge in der Monarchie vor allem, ja. Genau, genau. Das ist aber ganz spannend. Richtig. Und da hat sie natürlich sehr viel zu tun auch mit diesen Bevölkerungsgruppen. Und das lese ich immer wieder mit großem Interesse, was sie da schreibt oder teilt auch, oft sehr aktiv auf Twitter. Also tut sich jetzt zumindest immer, weiß ich nicht, ob es woanders dauert. Überhaupt auf den Sozialen Medien, ja. Ja, nein, ich kenne es jetzt nur auf Twitter. Ich weiß gar nicht, woanders. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist es interessant, weil es halt auch noch auf diese Volksgruppen hingeht. Jetzt habe ich das Problem heute, jetzt sind wir wieder bei einem Klassiker, dass halt das Problem mit Volksgruppen, dass man vorsichtig sein muss wegen Rassismus oder was weiß ich was. Und es gibt so tolle Bücher von früher und da hast du zum Beispiel erfassen können, in Wien zum Beispiel, wie viele Leute waren Wiener oder Österreicher oder sogar Wiener. Also wie viele sind da, sind Wien nicht, sind da geboren, sondern wie viele gehören zur Volksgruppe von mir als der Österreicher. Oder in der Monarchie ist es jetzt in den Deutschen. Und da waren wir die Deutschen. In der Monarchie waren wir Deutsche. Da hat es ja noch die Deutschen gegeben, aber wir waren die Deutschen Österreicher sozusagen. Und dann kamen eben die Bäm und die Mähren und die vom Balkan diverse Herrschaften. Griechen auch durchaus, Italiener mitunter. Also du hast diese Volksgruppen gehabt. Und da hat man das immer feststellen können, Wien besteht so und so viele Menschen und davon sind so und so viele echte Wiener und da hat man das dann trotzdem noch unterscheiden können in die Volksgruppen. Das heißt, echter Wiener war nicht damit bezeichnet, wer da geboren ist, sondern wer sozusagen jetzt da ein echter Wiener ist. Ich weiß, das ist auch schwierig, es war auch damals schwierig, das irgendwie einzuordnen. Aber immer schwierig, immer schwierig gewesen. Aber es war natürlich in dieser Monarchiezeit einfacher, weil du ja ohnehin von Österreichern geredet hast. Das ist so, wie wenn wir heute von Kärntner, Burgenlandler und Tiroler reden, so hat man früher von diesen Volksgruppen gesprochen. Und das ist ganz interessant, aber heute, wenn du jetzt sagst, nein, Wiener, man hilft sich jetzt heute mit diesem unsäglich deiperten Begriff Österreicher jetzt mit Migrationshintergrund. Ich denke mir, Alter, das kann wirklich nur ein Eiffel, der einfach nur Angst hat vor einfach ausgesprochenen Wahrheiten oder Gedanken. Ich kann auch einen Türken einen Türken nennen. Oder einen Italiener, einen Italiener, einen Deutschen, einen Deutschen. Ich meine, jeder Deutsche, der bei uns die Staatsbürgerschaft hat, und das sind nicht viele, das sind nicht viele, weil in Zeiten der EU brauchst du das nicht mehr mehr. Du brauchst ja keine Staatsbürgerschaft mehr innerhalb der EU. Aber ein Deutscher, der eine österreichische Staatsbürgerschaft hat, da würdest du nie auf die Idee kommen, zu sagen, ein Österreicher mit Migrationshintergrund. Da würde ja jeder sagen, das ist ein Deutscher mit einer Staatsbürgerschaft. Im Gegenteil, wer sagt wahrscheinlich noch, das ist ein BFG. Unter Umständen. Ja, gut. Nicht, das habe ich möglich gesagt. Aber ich meine jetzt fast halb offiziell, ich meine jetzt, halb auf die Destinierung, dass man weiß genau, wer wieder gemeint ist, welche Volksgruppen gemeint sind, wenn man halt sagt, mit Migrationshintergrund. Anderes Wort, gleiches Themenfeld, gleiche Begrifflichkeit. In Wahrheit, genau so ist es. Warum, wenn man doch offen reden könnte, dann war doch alles für ein Facher. Und das ist in der Monarchie natürlich für ein Facher gewesen. Und da habe ich, es war ein wunderbares Buch über den Schmelztiegel Wien, spannend, spannend zu lesen, was da für Volksgruppen und Leute da waren und was ja Wien ausgemacht hat. Stell dir vor, man hätte diese, diese Buntheit eigentlich nivelliert und hätte gesagt, nein, nein, ihr seid alle da jetzt, ihr seid alle da, ihr seid alle da, wir unterscheiden nicht. Ja, da hätten wir, da hätten wir die ganze Wiener Kultur nicht gehabt. Farbe, gar nichts hätten wir. Und der monarchische Schmelztiegel, Georg Scheurer sagt das, ja genau. Also das ist irgendwie interessant, ja. Der Magnus Sterzinger, siehe das eins zu eins, wie du zum Thema Kaisermann Plus, Beef Gesager, extrem überspitzt, aber in gewissen Zügen real. Ja, das stimmt. Magnus Sterzinger, ist Horst Gmela für euch Wiener Lied, war bis auf wenige Ausnahmen laut meiner Meinung eher kommerzig, kann aber auch falsch liegen. Natürlich nicht falsch, aber es ist auch Wiener Lied. Bei mir. Es ist Wiener Lied, ja. Ja, bei mir auch. Nein, definitiv, ja. Definitiv. Vor allem als Komponist sowieso und auch als Interpret ein irrsinnig gutes Stimmen gehabt und einfach gut gesungen. Die Darbringung mancher Stücke sind, wie du sagst, kommerzhaftig, aber von der Komposition her wienerisch durch und durch bei den meisten Nummern, muss man ehrlich sagen. Aber es stimmt, der war... Es ist richtig wienerisch. Ja, aber es ist gut beobachtet, weil tatsächlich ist der Kmälerhorstl in wienerischen Kreisen sozusagen der kommerzigste. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Die Mäge hat auch Herzton-Schrammel-CD, ja wohl. Neuwirth hat mit der Torli auch eine Tudlerin im Ensemble gehabt, ja richtig, Georg Schreier, mit der Toris Wienerlager. War auch das Tudeln... Also bei Neuwirth, ja, das ist da, glaube ich, da kann man nicht... Das ist eben so wie bei uns auch, wo du sagst, ja wir schreiben auch Lieder, die jetzt nicht wienerisch in dem Sinne sind, überhaupt nicht dem Wienerlied, der Form des Wienerliedes folgen und dennoch würde ich kann auch sagen, die sechzehnten schreiben irgendwas anderes und das ist halt da genauso. Gutes Beispiel auch noch, weil du zuerst schon erwähnt hast, auch das Keilen, aber auf der Schoß von der Mama zum Beispiel. Ja, das ist null Wienerlied. Ist von dem, von dem Dingsherst, ist null Wienerlied eigentlich, Ja. Der Text ist wienerisch, zum Teil, ja. Und, und, aber, wobei, es ist ganz eine andere, ganz eine eigene Musikgarte eigentlich. auf der Schoß von der Mama. Ja. Großartige Nummer übrigens, Klaus. Mir gefällt dir auch vor allem. Dankeschön, Dankeschön. Das ist, aber das hätte, also vor ein paar Jahrzehnten hätte es besser in den Austropop gepasst, ja, die Nummer. Warum? Besser, absolut, glaube ich auch. Jetzt sind diese verschwimmenden Bereiche einfach, ja. Ja, ja, beide Serien, die Wiener Slums haben es gezeigt, das habe ich eigentlich nicht gekannt, ja, das stimmt, aber die Wiener Slums, wenn man so will, Slums haben wir ja keine, aber diese, diese, das haben sie eigentlich nicht gezeigt, also das, da waren sie weit weg, es war eigentlich eher beim, in beiden Fällen, also Kaiser Müllen Plus hat er versucht, ein bisschen breiter zu werden, der Hinterberger, aber bei Mundl ist er ja schon einfach ins wirkliche Arbeitermilieu oder Zeugt, aber das waren ja keine schlechten Leute im Sinne von Slums jetzt, das ist ja schlecht auch im Sinne von KKÖ, gar gar nichts, das waren einfach, das war, das war, das war, das war, das war die Arbeitergesellschaft, mit, mit, mit allen ihren, auch Ehrentiteln, die dabei sind, nicht, und, und, und ehrhaften Verhalten, das ja heute auch schon wieder verändert hat, nicht, und was nämlich noch interessant ist dabei, bei dem Mundl, der Mundl hat kein einziges Mal gegen seine Frau aufgerieben, oder, oder hätte er Watschen gegeben, der hat ihm nur angedroht, aber, dass er, wenn er Watschen gegeben hat, oder was, nein, er hätte nie Watschen gegeben, er hat nie, ja genau, so ist es, ja genau, und zu Recht, das wollte er sagen, nun, das ist, das ist schon interessant, dabei, wie das, wie das auch gezeichnet wurde, vom, vom, vom Hinterberger, ne? Ja, nein, das war das, aber es ist halt so, natürlich auch, und, und hier ist es halt dann romantisierend gewesen, nicht, weil, weil solche wie den Mundl, so ähnliche, hat es natürlich schon viel gegeben, aber die, die, die waren halt auch nicht lieb, sondern das waren Arschlöcher, ja genau, genau, die haben eine Ängelda gekaut, die haben die Frau gekaut, also, das war natürlich, also man merkt dann schon, ja, das Arbeitermilieu ist sehr romantisiert, und alles andere, oder sehr, genauso natürlich beim Kaiser Mühl Plus, also es war schon ein sehr, eine sehr, durch seine Brille gefärbte Beobachtung, das muss man schon sagen, natürlich, es ist halt, ja, die Agligastik, die NW am Kennzeichen hat, NW wieder, die Tirol auch immer W, ja genau, das ist lustig, meine Ur-Oma kommt vom Mähren, der Vater meiner Mutter ist ein Russ, mein Vater und seine Mamas sind von Ungarn, und ich bin ein Mischmasch, jawohl, jawohl Agligastik, genau, das ist natürlich, aber ich, ja, aber du wirst dich auch wahrscheinlich als Österreicherin bezeichnen, also jetzt nehme ich mal an, oder als Tirolerin, als Wienerin wahrscheinlich, oder als Wienerin, weiß ich nicht, das war jetzt interessant, wie du das siehst, aber, aber, du wirst jetzt nicht sagen, nein, ich bin, ich bin, ich bin, eine besondere Rasse, oder Europäer, oder sonst irgendwas, oder, ja, oder halber Russ, oder, weißt du was ich meine, es ist, die Identität ist dann, glaube ich, schon das Wesentliche, was es ausmacht, und es sind halt viele Leute vom Balkan zum Beispiel, der klassische Tschusch, wie man in Wien immer gesagt hat, der klassische Tschusch, der ist, ja oft, also wirklich auch ein glühender Österreicher, also ist der Patrick, ist ein glühender Österreicher, mit, mit, mit natürlich, mit, mit einem Hang zu seinen, zu seinen Wurzeln, aber in der Regel, sind das Österreicher, weil sie halt, da, ja, sich eingefunden haben, schwieriger wird es natürlich, bei anderen Herrschaften, die nie in ihrem Leben, Österreich, als ihre Heimat bezeichnen würden, und schon gar nicht, die österreichische Kultur, und da natürlich, genau in diese Kerbe, schlagen ja, die ganzen Diskussionen, rund um Rassismus, und, und, und Migration, und so weiter, eine, das ist ja das, und ich glaube, mit ein bisschen an Gespür, könnte man dann schon festhalten, wer, wer meint es eigentlich, echt, ernst, und ehrlich, und dann, ja, und dann siehst du auch, also ich kenne genug Türken, zum Beispiel, die absolut, definitiv Österreicher sind, mit, allem Erhalt ihrer Kultur, der türkischen, und das finde ich vollkommen richtig, und wichtig, weil das halt nun einmal, das ist ja die Menschen drinnen, das kann sich nicht auszunehmen, und so ist man nicht auszunehmen, und das macht die Welt bunter, aber, ich kenne wirklich einige, die definitiv Österreicher sind, sich als solche auch fühlen, dass Österreich auch, wirklich, jetzt, man muss ja nicht mörderischer Patriot sein, oder irgendwie besonderen Stolz ausüben, aber einfach, die an, ja, an, 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 eine, eine Zugehörigkeit zu diesem Land, und Land, Leute, Kultur empfinden, das muss ich auch sagen, und da gibt es halt viele, die genau das nicht machen, und da, genau das ist natürlich dann, der, der Angelpunkt, für den Kampf, der Parteien, um die Wahrheit, das Recht haben, wer ist besser, der Linke, oder der Rechte, der Obere, oder der Untere, das ist, das ist ja dann zu beobachten, und ich glaube, es liegt schon daran, dass man einfach nicht, offen und ehrlich, was ansprechen kann, und einfach, Begrifflichkeiten verwenden kann, das ist eben, glaube ich, eine große, schwierige Ursache, für diese ganze Problematik, so, Patrick ist wieder da, Patrick ist wieder on air, wenn es war ist, ja, da ist er wieder, passt, wahrscheinlich, passt, ich habe gedacht, wahrscheinlich ist der, ist der Guthaben ausgerichtet am Handy, nein, nein, das ist nicht ausgerichtet, aber es ist da, auch nicht viel empfangen, momentan, aber im Prinzip, es ist wurscht, weil, weil, so wie es ist, der Ton ist häufig in Ordnung, es ist häufig flüssig, ja, und das ist ja bei weitem das Wichtige, als es bütteln, muss man auch sagen, genau, sind wir froh, ich bin froh, dass es jetzt so endet, der Magnus Sterziger muss zurück ins Büro, schönen Tag, Magnus, alles Gute, Pfierte, der Unimaster, die Chefin beim Mundl war seine Frau, die Tone im Endeffekt, ja, das stimmt, das war die Chefin, das war ja auch die Vernünftige, nein, die Agi, ich bin, alles zusammenhält, die Beschäftigende, auch so, das war die Tone, ja, mit, mit, mit Hausverstand und alles nicht, mit, mit einem, mit einem ausgelassenen, ruhigen Charakter, mit einem Wesen, ja, also, die Agile Gasse gesagt, ich bin ein Ausländer in Terol, ein Wiener in Terol, alles klar, ich bin ein Österreicher, ja, du bist eh eine echte Wienerin sozusagen, aber in Terol, na klar, das weiß ich, aber, viele Leute, oder ich kenne ja viele Leute in ganz Österreich, und die sind ja oft nicht, nicht, einheimische, ursprüngliche, nicht, aber das ist spannend, aus, aus, von meiner Familie her, nicht, einige, einige Freunde der Familie, was ich da auch mal nicht gehabt habe, zum Beispiel, die war, die war, die war, 40 Jahre in Kärnten, und hier hat ein Kärntner geheirat, 40 Jahre in Kärnten, die hat gesagt, mir taugt das da viel, aber du brauchst nicht glauben, dass ich da alles akzeptiert bin, das sehe ich ja nicht, das ist, ich bin und bleibe, ich weiß nicht mehr, wo es her war, ich glaube aus Niederösterreich, irgendwo, da hat er gesagt, ich bin und bleibe eine Zurkraste, nach 40 Jahren, das ist immer, das ist spannend, und natürlich, da ist es ja oft nicht so tragisch, aber natürlich kann man sich dann schon vorstellen, wie es einem Ausländer geht, der jetzt noch zum Beispiel nach Österreich zieht, ich rede jetzt nicht von diesen Extremfällen, wie jetzt Flüchtlinge, oder durch die Mafia hergebrachte, oder sonst was, sondern von den ganz normalen Leuten, die sagen, pass auf, ich will aus irgendeinem Grund, wir ziehen jetzt nach Österreich, es gibt ja verschiedene Gründe, und die da herkommen, und sich irgendwo schon integrieren wollen, also die durchaus offen sind, na die haben es dann schon schwer, und ich glaube natürlich, ich war natürlich ausgenutzt, durch viele ihrer Landsleute, die das Image, zu dem wir es in den Zaum haben, dass sich da manche schwarzen. Ja, ja, genau. Ich kann mich erinnern, ich weiß leider nicht, aber das war eine ganz liebe Familie, das waren Schwarze, irgendwo aus Afrika, keine Ahnung mehr, woher, ich weiß es nicht mehr, die waren ganz, wirklich eine total entzückende Familie, und sehr gescheit, er war irgendein Akademiker, keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber wirklich gescheit, wir haben schöne, tolle Gespräche geführt, und der hat zum Beispiel, der hat gesagt, im Endeffekt, da war er damals schon, 50, glaube ich, locker, nein, schon älter vielleicht sogar, und der hat gesagt, schau, es ist mir, wir leiden in Wahrheit, eigentlich unter den anderen Schwarzen, die da halt, sich nicht integrieren, so. Jetzt ist es halt schwer, nicht, weil was willst du dann sagen, willst du dann sagen, er ist ein Rassist, schwer möglich, aber der hat darunter, und der hat dann auch was Interessantes gesagt, der hat gesagt, schau, meine Frau, meine Kinder, zwei Söhne hat er gehabt, und ich, wir haben immer einen Ausweis mit, weil wir werden öfters kontrolliert, er hat gesagt, ich weniger, weil ich bin im Anzug, Krawatten, dann ist schau anders, als wenn einer natürlich in der Jugendkultur Kleidung daherkommt, und er hat gesagt, du, wir sind das gewohnt, wir werden öfters kontrolliert, vor allem die Söhne natürlich, hat er gesagt, das verstehe ich, weil eben, ja, man fällt ja auf, als Schwald, er hat gesagt, man fällt ja auf, da, auf der Marilferstraße, war so ein Schwarzer durch, er hat das immer so gesagt, fahre es dir auf, und er hat gesagt, wir haben tatsächlich noch nie ein negatives Erlebnis mit der Polizei gehabt, wir sind oft kontrolliert worden, sicher weitaus öfters, als jeder weiße, aber, er hat gesagt, ja, freundlich, höflich, also von sich selber auch, den Ausweis immer dabei, und gesagt, ja, ist, das akzeptieren wir, haben den hergezeigt, das ist kontrolliert worden, man hat sich gegenseitig einen schönen Tag gewünscht, und fertig, er hat gesagt, tatsächlich in seinem ganzen Leben noch kein negatives Erlebnis in der Polizei gehabt, was ich spannend finde, wenn ich mir denke, wie viele negative Erlebnisse so viele Weißte schon gehabt haben, mit der Gieberei, ne, also das ist auch spannend, ist auch spannend, das zur Beobachtung, mit dem über solche Dinge zu reden, das war wirklich interessant, ja, und, absolut, absolut, ja, und das ist auch interessant, überhaupt, mit, wir haben einmal gespielt, gell, mit dem, mit dem, Mabado, 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 heißt er, gell, Mabado, 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 seine Ex-Frau kennen wir übrigens, sehr gut auch, ja, genau, wer war das nochmal, ich hab vergessen, ganzer Liebe, du warst auch nichts beim Stippert mit ihrem, ah ja, jetzt weiß ich schon, wie es ist, hörst du mich, na, ich hab nichts gesagt, vielleicht hörst du mich deswegen nicht, hörst du mich jetzt? Ja, ich hör dich, ja, alles gut, alles gut, war nur eine Verzügung, war schon wieder so Blechern war wieder, ich verstehe, der Mabado, U-Spieler, ein Syrer Gebürtiger, aber schon 30, 40 Jahre in Österreich, und der spielt diese Ud, das ist quasi die traditionelle, wenn wir so wollen, die Mandoline der Syrer, die Ud, und es gibt eh sehr viele Konzerte in Österreich auch, und mit dem haben wir mal zusammengespielt, also wird es geheißen, Ottergring trifft Orient, oder so irgendwie, gell, war das? Orient, ja, Ottergring trifft Orient, genau, ja, und das war, das war spannend, und das war, das war, das war ein tolles Konzert, wir haben da auch versucht, gemeinsam ein paar Sachen zu spielen, was halt schwierig ist, weil es ja ein anderes Tonsystem auch ist, aber es hat auch das funktioniert, zur Freude aller, aber das war spannend, weil dort war, das war so ein Innenhof, und da hat, und die haben uns eine syrische Familie damals aufgenommen gehabt, und die haben sozusagen dann gesagt, pass auf, wir kochen, also wir machen, wir bringen uns da ein, indem wir Essen kochen, ein syrisches, und es waren ja ein Haufen Leute, sieben, acht Leute waren es, glaube ich, ein Haufen Kinder, und drei, vier Erwachsene, ich weiß nicht mehr mehr, Kinder, Jugendliche, und die haben halt da aufgeholt, und es war jetzt spannend, weil natürlich auch der U-Spieler, der Mawar, mit denen geredet hat, weil das sind natürlich Syrer, die haben reden können, miteinander, das war wirklich spannend, das war wirklich ein spannendes Erlebnis, ein interessanter Einblick in sowas, aber auch hier, und das ist halt das, was ich so schade finde, dass das so verteufelt wird, dass man das anspricht, diese syrische Familie, was du da hast, hat durchaus angesprochen, Probleme mit ihren Landsleuten, und mit diesen Flüchtlingsgeschichten, die haben das angesprochen, die haben gesagt, unter dem, umso kleiden wir eigentlich, das ist wirklich ganz spannend, und es ist ja wurscht, am Ende des Tages kommt es drauf raus, jeder ist ein Mensch, und es gibt halt welche dabei, die sind ausschlechter, und welche, die sind keine, es ist jetzt schwierig, das zu finden. Ja genau so ist es, ja genau so ist es natürlich auch, aber das war wirklich, wirklich ein sehr erhellendes Ding, weil so einen Einblick hast du normal nicht, in so Kulturkreise, und damals Musik gehabt, und Essen aus Syrien, das war überhaupt spannend, das war wirklich spannend. So, schau da, Josef Tartl ist da, jawohl, der Pepe, einmalig. Servus, aus der Badewanne, oder aus dem Wohnzimmer von der Couch? Weder noch wahrscheinlich, weder noch wahrscheinlich, es ist ja eine andere Tageszeit. Die Agregastik sagt, es ist egal, ob der grün oder braun ist, oder welche Religion sie haben, solange sie Menschen sind. Sorry, dass ich eine Gplaudertasche bin, Agregastik um Himmels willen, dafür solltest du dich nie entschuldigen. Nein, das soll ich noch nie sagen. Nein, das passt schon. Das ist ganz, ganz, ganz. Es ist überhaupt kein Grund, sich dafür zu entschuldigen. Nein. Alles gut. Susanne Moser sagt, naja, wird auch daran liegen, wie man sich gibt, so bekommst du die Antwort. Ja, ganz genau. Und das ist halt schon, und da, ganz ehrlich, das weiß ich schon aus meiner Schulzeit, also da haben sie, ich sage das jetzt auch ganz offen, da haben sie die Türken in meiner, in meiner Umgebung. Und da habe ich schon einige Schulfreunde gehabt, oder mit dem eigentlich ganz gut umgegangen sind, weil es ja trotzdem irgendwo, das war ja Mitschule, da hast du die gleichen, da hast du die gleichen Lehrer gehabt, die gleichen Prüfungsfragen und so. Man hat ja schon einiges geteilt, und natürlich hat man sich auch gut verstanden, zum Großteil. Aber da waren, da waren schon welche dabei, die, wo du schon gemerkt hast, du bist auch von den Büchern, und du nutzt uns aus und du willst auch gar nicht sein. Und du kommst, du bist einfach nur wichtig und dein Ziel ist es einfach, uns alle mal zu unterdrücken. Das hast du gemerkt, das haben viele auch ausgesprochen, das sagen es auch heute, ganz offen, weil es ja natürlich uns auch gar nicht mehr mehr wehrt gegen solche. Diejenigen, die sich als erstes wehren werden, werden wahrscheinlich deren Landsleut sein, die sagen, Herr, halt euch zurück. Wir wollen das genauso nicht. Wir sind ja genau von diesen Regimen oder von dieser Geisteshaltung sind ja wir eigentlich weggezogen. Wir wollten ja mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben. Genau. Und das wird sich alles noch aufbrechen, diese Problematik, weil man es verabschiedet hat, das rechtzeitig schlicht und einfach anzusprechen. Ich will gar nicht von Lösungen reden oder von, dass man früher die Grenzen hätte schließen müssen oder sowas. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Der Punkt, glaube ich, allein, dass man darüber nicht sprechen konnte, durfte, und heute ist er gar nicht mehr. Das ist das Problem. Das größte Problem überhaupt. Ganz wichtig, Leiden-Rates. Das ist ganz wichtig. Aber das darfst du nicht mehr. Also, das darfst du nicht mehr. Es wird gesperrt. In dem Moment, wo du sowas ansprichst, wirst du sofort in Schubladen gesteckt. Übrigens, nicht nur die Rechten oder sowas, dass du dann hast, du bist gleich Nazi, du bist genauso schnell auf einmal ein Linker. Wird gleich Kommunist. so schnell kannst du keine Schubladen gesteckt haben. alles Mögliche. Man denkt, man wird so schnell, man wird ja schubladisiert, dass das teilweise, wenn man denkt, ja, guck, das ist jetzt, weil was meine Ansichten betrifft, ist, wenn ich jede einzelne Ansicht, die ich habe, betrachte, dann würde ich zu einem, ja, Breitspektrum ausarten, weil es gibt viele Bereiche, wo ich sozusagen eher dem politisch linken Lager nahe bin. Es gibt welche, da bin ich eher dem rechten Lager nahe. Es gibt Ansichten, da bin ich eher sehr dem christlichen, der christlichen Religion oder dem katholischen nahe. Es gibt welche, wo ich mir denke, da habe ich fast buddhistische Ansichten. Also, die Summe, die Summe meiner Weltanschauung ja, aber das ist halt schwer. Und das verdrückt natürlich keine Partei. Weil auch jede Partei heißt ja auch der Name Partei, das Trennende, die Pars, Pars, glaube ich, wo halt der Ursprung her ist. Das ist immer das Trennende und ich denke mir, nein, ich habe nur eine Meinung zu dem und zu dem. Das sind halt die Unterschiede. Hört sich den Wind pfeifen? Was ist das? Was war das jetzt? Der Sturm pfeift. Ah, das ist der Wind, oder? Der Sturm pfeift, der Sturm pfeift, also der Ofen pfeift, aber der Sturm macht ihn zum Instrument. Jawohl. In echt rede ich nicht so viel. Ich muss jetzt wieder Busel aufs Bauche, schönen Tag noch. Aglie Kasteck, schön, dass du dabei warst. Schönen Tag wünsche ich dir. Baba. Ja. Wie war Klaus? Die Schubladentaktik ist an der Tagesordnung. Hat man auch in drei Jahren Corona gesehen. Ja, es ist halt, Schubladen haben ja einen Vorteil. Man muss mir auch sagen, Schubladen haben wirklich einen Vorteil, weil eben zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, die Schublade Wiener Lied, oder traditionelles Wiener Lied, und hat einen Vorteil, weil wenn ich jetzt natürlich ein Plakat sehe, bei einem Wirten, und da steht, heute gibt es Wiener Lied, dann weiß ich ungefähr, was man erwartet. Und wenn ich Wiener Lieder mag, dann werde ich da vielleicht mich einsetzen, und freue mich, dass da Wiener Lied gespielt wird. Wenn du natürlich sagst, nein, nein, keine Schubladen, Wiener Lied, kann alles sein, und du kommst da rein, auf einmal kommt eine Hip-Hop-Band, die halt wienerisch singt, dann wirst du halt sagen, okay. Unter Umständen die Enttäuschung sehr groß sein, vielleicht sogar zum Ärgernis werden dann, und umgekehrt genauso. Das ist ein Schubladendenken, wenn das ein veganes Restaurant ist, dann überlege ich mir, will ich da rein gehen, oder will ich nicht rein gehen. Aber dann ist mir das ja klar, was ich da kriege. Bei einem Asiaten genauso, ungefähr halt zumindest. Also Schubladen halte ich nicht für so schlecht, und an gewissen Bereichen, aber Schublade, es ist ja so, eine Schublade alleine existiert ja nicht. Es gibt ja immer Kastl, wo mehrere Schubladen drinnen sind, und es geht ums Kastl. Und dann ist gut, wenn man weiß, ich habe in der obersten Schublade, habe ich das, was ich mir gleich brauche, dort habe ich sortierte Sachen, dort habe ich organisierte Sachen. Also Schubladen halte ich per Sinn, nicht für schlecht. Wie man halt damit umgeht, und was man halt alles in Schubladen stecken kann, das ist halt schon gigantisch. Und es gibt halt Dinge, die sind halt nicht schubladisierbar. Natürlich, ein Mensch ist mit seiner Weltanschau, mit seiner Grundausrichtung, wahrscheinlich durchaus irgendwo zuordenbar, jetzt nicht in einer Partei, sondern in einer Richtung, wo du sagst, damit den kann ich mir verstehen. Also da meine ich jetzt nicht nur Löhnen schauen, da meine ich auch Hobbys. Also wenn einer Musiker, zum Beispiel Musiker, in der Regel, wenn einer nicht ein extrem politisch oder extrem ideologisierter Mensch ist, werden sie Musiker verstehen. Warum? Weil sie eine Verbindung haben, die muss sichtbar. Das Ganze, ein Hobby, ein Eisenbahnbastler, oder Bogenschütze, da ist es nicht, so wichtig, wie es ist. Und dennoch, man will sich dann zusammenfinden, diejenigen, die natürlich ein ähnliches Weltbild haben. Klar, logisch. Aber das heißt ja nicht, dass der andere ausgegrenzt ist, zwangsläufig. Ja, genau. Sondern es heißt, man redet halt mit denen, wo man sich auch verstanden fühlt. Wenn du dich dann nach jedem Satz irgendwas erklären musst, wie du das meinst, dann wird die Unterhaltung schwierig, dann wird man wahrscheinlich nicht miteinander unbedingt gerne auf ein Bier gehen. Andererseits auch wieder viel, sehr verändern, diskutieren. Unmöglich, ja. Mit unter. Manche diskutieren dann gerne und haben seinen besten Freund, weil sie auf einem ähnlichen geistigen Niveau zum Beispiel sind und dadurch auch miteinander ganz gut reden können, weil das und sich eben bewusst sind, dass nicht die Wahrheit gepachtet ist, bei jeweilig dem einen, wie dem anderen. wie stark ist der Wind bei dir, dass der Ofen sogar pfeift. Wow, KMH in etwa. Alter Palantik kann ich dir nicht sagen. Aber das ist bei mir Standard. Das ist auch, weil es wirklich eine so exponierte Lage ist, natürlich. Und das kommt bei mir stark davor, von welcher Seite er kommt. Du hast gesagt, es kann im KMH reichen schon. Das pfeift, ja. Es kommt der Frau von woher kommt er, von welcher Seite. Weil jetzt ist er eben, jetzt ist er angekühlt, jetzt kommt er von der Nordseiten und da ist immer alles ein bisschen schlimmer. Aber er kommt meistens von Süden und da ist es nicht so schlimm. Jawohl. Schubladisierbar. Mir gefällt dieser neue Begriff. Ja. Wie gesagt, ich halte es ja nicht für so schlecht, aber ich halte es nicht immer für angebracht. Und Parteien, das ist eben keine Schublade. Meiner Meinung nach. Das ist ganz konkret eine Trennung. Wir sitzen in der gleichen Schublade drinnen und es gibt eine Trennung innerhalb der Schublade. Eine strikte. Wie vom Ikea der Einsatz für Schubladen. Damit die Unterhosen mit den Socken nicht zusammenkommen. Und diese Trennmittel, das ist für mich die Partei. Also Schublade wäre nämlich, wir wollen alles gleiche. Wir sind alle der gleichen Schublade. Das ist aber genau der Grund, warum ich niemals bei einer Partei Mitglied sein werde und niemals war. Das ist für mich unmöglich, nämlich, weil es geht mir immer um die Sache, die gemacht wird. Da habe ich schon viele Diskussionen gehabt mit Leuten. Ich kann nicht bei den Roten sein und wenn aber die Grünen einen guten Vorschlag machen, dann wird der von mir genauso mit unterstützt, wie wenn die Blauen einen guten Vorschlag machen oder wenn die Rosanen einen guten Vorschlag machen und da kann ich nicht sagen, nur weil das von der anderen Partei ist. Nein, das unterstütze ich nicht. Mir geht es immer um die Sache dabei. Und eine große Diskussion ist, ja, das ist ja die, das ist ja von der. Mein Freundeskreis umfasst alle Parteien, muss ich ehrlich sagen, wo sich meine Bekannten und Freunde befinden. Wirklich alles, quer durch. Und sage ich mir, ich kann nicht bei einem sein, weil wenn der Recht hat, hat er Recht. Und das ist ja so. Da fährt der Eisenbaut drüber. Ich meine, das ist ein Parteizwang im Parlament. Klubzwang. Klubzwang, klubzwang, ja genau. Nein, furchtbar ist das für mich. Nein, da zucke ich auch aus direkt. Das gibt es nicht bei mir sowas. Die Politik hat sich bei uns schon längst, war natürlich schon immer ein bisschen so, aber jetzt hat sie sich wirklich verhärtet, genau in diese Richtung. Und du merkst, da geht es nur mehr um Stimmen und sonst was, da geht es um überhaupt nichts. Es geht keiner einzigen Partei und keiner kann sagen, bei der einen Partei ist es schlimm, als bei der anderen. Dann ist man schon in einer Falle eine getippt. Jede Partei will einfach nur an die Macht kommen, koste es, was es wolle. Jede, jede und jeder einzelne Politiker. Ja, in den unteren Rängen vielleicht noch nicht, aber spätestens werden sie aufgekommen, ein Stück weiter als Bezirksrat, dann ist es schon vorbei. Und oft sind es schon Bezirksräte, schon in einer korrumpierten Lage, aber zumindest in der regionalen Politik, da hast du zumindest noch einen Zugriff. In der Kommunalpolitik, in einer kleinen Gemeinde, ist das alles ein bisschen anders noch, aber sobald das Ganze in die Landespolitik geht, ist gar nicht alles, was geht. Und da geht es nicht mehr um Strategie und um solche Sachen, also da geht es um nichts Sinnvolles mehr. Und es ist wirklich spannend, weil ich halt immer auch mein Herz auf der Zunge getragen habe und da halt auch nicht aussagen kann, aus meiner Haut. Und es ist wirklich spannend, bis sehr traurig, also eine Zeit lang war ich davon immer eher wirklich negativ berührt, also da war ich wirklich traurig über diese Tatsachen, aber mittlerweile bin ich es halt gewähnt. Ich bin für manche, ich bin ja eine rechte Sau und für andere bin ich eine linke Ossl. Das ist gigantisch, gigantisch, wie die eine oder andere Sicht dich komplett bei vermeintlichen Freunden komplett ausschießen kann. Und zwar in beide Richtungen. Also ich bin für einen extrem Linken wahrscheinlich, also jetzt gar nicht einmal extrem, sondern für Linke reicht es, dass ich eine gewisse Aussage habe, die mich zum Rechten macht und umgekehrt. Die Rechte denken, ich sage das und das, sage ich, ich bin ja keiner für euch. Ich habe meine Sicht. Und das ist halt, das ist für mich schon, da habe ich lange darunter gelitten. Mittlerweile habe ich mich darauf gewähnt. Ich leide nicht mehr darunter, das gönne ich diesen Menschen nicht mehr. Aber wer so agiert und wer diesen Gedankengang hat oder diesen Charakter an den Tag legt, jemanden zu einzuteilen in ein Schema, das vollkommen unnatürlich ist, nämlich dieses links-rechts, weiß ich nicht, was man noch sagen kann, also dieses politisch-ideologische Thema, das, ich werde es nicht verstehen, also ich verstehe es intellektuell, aber ich werde es nicht wirklich verstehen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich werde ihm auch nicht nachgeben. Es hat uns musikalisch oder geschäftlich so manches geschadet, so manches genützt, in beiden Fällen vollkommen unbeabsichtigt. Beides, ja. Und ja, das ist ja so. Leider, leider gängige Geschichte, dass man dreideut wird. Und wenn es dann nicht eine passt, dann bist du überhaupt ein Feind. Das ist es. Nein, unterm Strich kann ich sagen, ich glaube, wir sind alle Menschen, die das Gleiche wollen. Wir wollen eine gewisse Sicherheit haben, wir wollen einen gewissen Wohlstand haben, wir wollen ein Tag über dem Kopf haben, wir wollen Essen trinken können, wir wollen soziale Kontakte haben, wir wollen mit den Leuten, wir wollen Freundschaften pflegen, wir wollen menschliche Berührungen, Zusammenkünfte haben, wir wollen uns aufeinander verlassen können, wir wollen Unterstützung haben, wenn einer Unterstützung braucht, wir wollen gesund sein. Das alles, glaube ich, das trifft jetzt auf jeden Menschen zu, egal ob das ein Grüner, ein Schwarzer, ein Blauer, ein Roder oder ein Atheist oder ein Katholik oder ein Moslem ist. In Wahrheit kommen wir genau auf das raus. Und die Politik hat es geschafft, uns das auszureden und es für wichtiger zu empfinden, keine Ahnung, ob gegendert wird oder nicht. Ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ja, ich glaube, so können wir es erstellen. Schöne Worte, ja. Das schöne Schlusswort hat jetzt der Ulrich eigentlich im Chat, ist eh nicht alles schwarz oder weiß. Amen, Bruder. Ja, ich würde sagen, damit beschließen wir wirklich schön, dass der Beiwärts wieder beim Sechzehner-Burm-Live-Podcast am Morgen. Shit, Chef, Schauer, wollen wir uns aber wieder beieinander. Morgen bin ich ja wieder in der Cloud, äh, in Wien, das heißt, da habe ich zumindest, na gut, Studio Donaufeld. Ja, das heißt, wir werden wieder auf Facebook auch vertreten sein morgen, wenn alles hinlässt. Ja, sicher. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Danke für immer. Dickes Bosel, abfiert euch gut, Baba. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns und hören uns morgen in der Früh um neine wieder, gell. Fiat euch, Baba.